und Luftverschwender der Galaxis wie aussätzt wird. Willkommen zurück bei einer neuen frischen Folge. Frisch? Frisch, fromm, hölig. Frisch? Dein Fisch ist nicht frisch? Nicht fisch, frisch. Frisch. Wieso? Falsche Intention jetzt. Oben. Ah, gilt? Wir sind wie lange. Naja, keine Ahnung. Nehmen wir denen einfach bloß voraus. So. King. Woi. Juhu. Mal geile Schotten. Ich glaube, ich muss wieder einen anderen Skill nehmen. Das gelbe Vieh war gut. Ja. Ah. Welchen Held hat er denn auf das Fass geschossen? Ich nicht. Oh. Oh, Blacks. Oh, Blacks. Oh, Blacks. Oh, Blacks. Oh, Blacks. Oh, Blacks. Das ist zu holen. Et dann sammelt er alles ein, hier, der NSI. Und jetzt. gemacht gemacht legende waffe naja muss es immer üblich sein dann halt die leister da ist nicht also noch so an Oh ja, fast schon durch. Passte. Gehen wir nur mal runter? Man, ist das dunkel. Guck mal, wenn du hier nicht mann kannst. Gehen wir mal runter und bringen was? Was? Oh ne. Ja. Boah. Ja, dann muss Metzger das mal da oben machen. Ja, genau. Wir gehen kurz den Loot sammeln. Hey, ich will auch Loot sammeln. Ich hab' vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ist's auch egal. Das Gesicht ist nur schwer zu erkennen, aber das ist... Uiuiui. Schätze, er ist wohl wirklich weg. Nimm seine Sicherheits-ID mit, Kammerjäger. Wir brauchen sie vielleicht noch. In Ordnung, wir sollten die Sicherheits-Konsole überprüfen. Boah, hier ist ja schon wieder alles hier unten. Boah, der ist nicht gut. Mal sehen. Der Erste ist tot. Hier ist auch einer tot. Heute werden wir nicht mehr extrahiert. Vielleicht bomben. Was glaubt ihr denn? Wir haben ihn verstecken können. Im Sumpf wimmelt es nur so von KDK. Da bin nur einer, oder? Toll, jetzt sind aber die Leute hier. Wer war und ist? Ich habe aber etwas verdammt ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Eine miese Band. Die Musik war echt übel. Endlich ist Ruhe. Tja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Aber in diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Zugang, verweifeln. Boah. Das kommt nun mal aus, oder? Der Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du den Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getöntet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zurück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Fang mit Agent D an. Ja, muss er eh runter. Ah, ja. Achso. Agent D, während ich die anderen informiere, dass du kommst. Nicht den Schurken. Agent D ist ein Meister der Tarnung. Und der Fallen. Und ein verdammt guter Poledancer. Was in dieser Galaxis hilfreicher ist, als du vielleicht glaubst. Du wirst schon sehen. Agent D ist auf einer Ablenkungsmission. Er hat die KDK hypnotisiert. Diese Banditen machen keinen Finger mehr krumm, ehe du die nicht den Befehl gibst, seine Deckung aufzugeben. Ich schätze diese dämlichen Scheine sind mit Tarin reingefallen, weil sie sonst niemand geliebt oder gar nicht hat. Quatschen. Na ja, herdag trekt doch. Das ist noch lange kein Grund die Galaxis hat. Wir können wieder drüber glitschen hier, ne? gains nicht näine. Der steht sogar auf den Korb. haye. Also das ist offizieller Weg. Da geht's auch nicht auf. Lasst's mich echt die Zeichndel doch oder ich führt doch bloß blöde rumhoppeln. ich habe ihn jetzt hier falsch sind läuft er dann auch dann auf ich hab gesagt ich bin doch bloß so rumkoppeln wir sind hier runter wieder wir sind hier weg runter und hier glitschen geht nicht ja wie soll das sein wenn man da runter filmst kann man ab alles drauf gucken du hast feinde ich habe munition hier müssen du da musste dann doch noch die mission und immer da ist keiner du musst doch eine die mission gibt es glaube ich irgendwo wo liegt die ja doch doch ja eigentlich muss das müssen wir machen lift weil das gelbe zeug das ist doch der gelbe für euch das war ich mit meinem Viech ich glaube das macht dann mehr schaden ooooo raps hier was raps ja das gelbe so lebensblut muss wieder rauslassen ja natürlich passiert ja du musst wieder käfig aufmachen ja für jede dino ist ja ja wir schon wieder fracking also der aufhörte oder gar nix ne überhaupt nicht auf dem mittwoche mhm er scheint als sein glück agendie lebt und ist wohl auf schieß mit dem schurkenblick auf diese markierung wenn du bereit bist die zu enttarnen schutz ja ich 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 diese gelbe scheiße muss ja echt abstand halten so ja wow oh oh ja oh glaub ich brauche Hilfe wir sind doch schon hier oh ne hier ist ein scheiß Geschütz oh 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 nr יר oh Klo. Oh, ein gutes Klo? Ja, ein gutes Klo. Mhh, ein schönes Klo. Oh, sauber. War schon voll im Wasser, das Klo. Ja, jedem. Hängt ja nicht in der Luft. Für die Clou-Story. Seine Klo-Gruppe aufmachen. Nee, ich hoffe, du hörst das hier. Nee, das ist ein Toter. Alles klar. Wie bei... Äh, wie bei Dance-Bombs. Vision Impossible. Bist du in Obi gefahren? Wie? Obi gefahren. In Obi bist du gefahren. Obi gefahren. Gibt's kein Obi mehr. Doch, Obi. Wan-Kin-O-Wi. Mhh. Lieder Geld und ich los, dass ich da stehe einfach. Was soll denn das? Ich meinte definitiv die Schurken verraten, Clay. Ich habe einen Ableger des Brackwasser-Clans infiltriert. Die Schlamm-Neppen. Aurelia Hammerlock hat einen der Schurken das Eden-7-System im Tausch gegen ein Schlüsselfragment angeboten. Ich weiß nur noch nicht, wen. Wenn du nichts mehr von mir hörst, Kumpel, geh vom Schlimmsten aus. Dann bin ich entweder tot oder gefangen. Aber komm mich trotzdem suchen. Ich würde das auch für dich tun. Schleichfuß ist ein verrückter Bastard. Wir kennen uns schon lange. Du musst ihn finden, Kammerjäger. Die sich schon wieder im Menü sind. Und mit dem Handys dingeln hier. Schön. Ja, ich habe glaube ich sowas wie ein Gameboy-Skin. Mhh. Schön, ja. Am Zocken. Schon besser. Hä? Kleine Pann hier. Oh. Mein Vieh schmeißt es mit Fässern. Äh. Hier ist ein. Und jetzt kommt es. Och ne, ich glaube, wir haben die Verlacher. Ja. Sind auch falsch. Hör zurück. Na, ich brauch's falsch. Wir sind falsch. Was? Wir sind falsch. Was? Du bist doch richtig, oder wir? Wahrscheinlich, ja. Mal kurz verkaufen. Hä? Hey, wie sieht schon die Muni aus? Ich bin falsch. Oh. ich bin grad hier im bohrer 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 gegen hier oben wir müssen wir dann über ich bin falsch oder nicht mehr richtig ich bin falsch ein bisschen schnell ich muss mir aufzufahren ich glaube ich bin im fahrstuhl gefahren bin gestorben ja er hat gemacht hat toll noch gar nicht vorher müssen wie kommen wir dann auch ich bin ja fertig danke aber ich wusste dass ich auch nicht zählen kann er wird der Kuma vor allem er hat sich die Mission auf Schluss muss ja sie ist nämlich total wichtig die dinger sind unzerstörbar ich wünschte ich könnte das brech was scheiße gut und finde meinen kumpel domino der beste scharfschütze von ganz eben und so höflich wie kein zweiter das ist seine art nicht mehr Ich sehe dich kommen Kammerjäger, Clay erwähnte, dass er sich Verstärkung geholt hat, ich bin an einem sicheren Ort mit Blick auf ein Dock voller KDK, ich brauche Hilfe sie auszuschalten, danach können wir uns unterhalten, danke. Hast du einen Jean gebracht? Hm? Hast du einen Jean gebracht? Ich bin echt im Hockey gewesen beim Schießen, für bisschen die Neuigkeit oder? Ja, das bringt's auch. Hm? Nicht. Hier sind Steine. Hey, welcher Assi! Ja, was ist das? Hey, fuie, oh, schee. Hey, was denn? Gehen, werfen. Bäh. Unter zweiter Euro hat das nämlich nichts, das ist billige Scheiße hier. Lass was Blut fließen. Voll am Haten. Uy. Ey. Boah, ich treff nix, ey. Er schmeißt Bomben. Und sichtbar. Toll. Der langweil. Der langweil. Wahnsinn. Der langweil. Toll. Der langweil. Wahnsinn. Da nähert sich ein Dropship. Bitte geh in Deckung, Kammerjäger. Bitte. War das Nächster? Dropship. Der war net kaputt. Oh na. Ja. Vorsicht. Der war Bombenleger. Ich versuche ein paar auszuschalten, also wenn es dir recht ist. Oh. 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 Gut getötet. Diese Dropships kommen den ganzen Tag über rein. Die Kultisten betreiben einen Organhandelring. Sie schlitzen arme Schweine auf und verkaufen ihre Innereien überall in der Galaxis. Also habe ich einen Scanner platziert, um ihre Lieferungen zu verfolgen. Waffenkäste. Moment. Du musst auf den Kran klettern, um das verdammte Ding zu reparieren und in Position zu bringen. Dann kann ich das Schiff outen. Danke. Schrott, Schrott. Alles Schrott. Dann geht weg. Ich bin Schrotthändler. Ja, für dich ist das jetzt wahrscheinlich sogar richtig viel wert, wie ob du das sogar hast du noch einen Skin geblockt. Los. Ab zum Scanner. Vielen Dank. Ich ohne den Rock schauen, ne? Sie nicht runter. Sonst scheißt du dich nur ein. Ähm. Er blockiert. Tritt ihn oder so. Nein. Ich hasse diese Penner. Und du bist eine echte Hilfe. Noch ein Schiff. Halte sie auf, während der Scanner sich aufwärmt. Ich höre dich, Bastier. Schiff noch. sides. Ich geh' hin zum Schiff, könnte autoantesten einstecken. Ach so, ich hab's geholfen. Die hat die Schilde. Jo, war ganz nett, ne? Was? Boah, total nett, ne? Ne, ne? Jaja, schon, jo. Jo. Ja. Ja. Na, das geil ist jetzt jetzt sein Büro. So stark gucke. Sein Büro. Ah, Lebensblut. Ja, dann geh ich wieder drauf, das kannst du selber machen. Mhm. Es ist lauter Katzen in deinem Gesicht. Die schweben da rum. Guck mal, Spring. Gesundheit. Mal sein Kopfhahn. Katzen. Ja. Scheiße. Mit Halsband. Halt mal still. Du hast voll die fette Katze. So, stimmt, ja. Oh, ist eine Katze. Die schwebt im Weltall. Oh. Oh. Die fliegende Katze. Space Cats. Oh. Oh. Schau. Dass ich mit dem Beutefinder mal einen Verräter aufspüre. Vielleicht hat Aurelia recht, was Loyalität angeht. Sie gilt immer dem Geld. Ich spüre die Kraft! Ich gilt. Ist da noch so ein kleiner? Gebeaut wieder hier. vollständig ja auch so ein mg haben lustig konstant dies ist mein mg wir können doch reisen ist doch direkt an dem punkt reise 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 ich weise ich reise weise reise 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 im schalte schritt aber ohne thomas kook ja hinzu ist vielleicht zurück die nasa ist so relativ gut hinzu immer rückwärts nicht mehr heißt es ja ganz umgebaut genau wie ich es mir vorgestellt hatte ein gut gehütetes schmuck es gibt eine nazi parolen hier ddr wir haben das vieh digitalisiert damit es nicht in jeder ecke kackt ich stehe nicht so auf code ich habe mir gedacht das hat mich immer gesagt umschweife vorwärts rückwärts rückwärts nicht solche wörter hier nicht mal umgebracht habe ein echter trottel er hat ein buch und so weißt du es fühlt sich gut an wie dein einsatz zu sein selbst wenn ich von meinen leuten verraten wurde dieses abgefahrene worte da steht ich mal gekillt habe hätte noch etwas mit ihm schnacken sollen bevor ich ihn erledigt habe das war nicht mit einer armee von jemand auf die schulter geklopft ich meine nur mein bruder nur die lache blut nur leid für das blog ist mein puppe lebt irgendwas mit Puppetät Achso Puppetät Wer ist in der Puppetät? Meine Puppe lebt Was ist mit der Puppetät? Nein Puppe lebt Oh Waffenkiste Ah Feinde Waffenkiste Scheiße Wo ist die Scheiße? Das lohnt sich gar nicht Die Kunden immer hinfliegen Hör nicht Ich werde meine Namen erinnern Er lautet Ich werde auf das Kassel schießen Mich zurückhalten Hier ist ein Dicker Ich bin nur eine zu Ich bin nur eine zu Du bist da dein Kist ist ein dingsbums hier auf doch diesen geschützt habe ich immer ich hole mal den Turm hier oben kurz hol dir den Turm King of the Hill King of the Turm wenn ich da hochkomm'n wird nur auf ihm es ist gar nix wert weiß ich hab nie noch mal geschaut was ich mir hatte kommt bloß gesehen was nix wert ist die schießen auf dich an wir schießen auf dich an die Dinos ach der Ram Taurus wer Ram Taurus war's der große Aua Aua ich werde verfolgt ja 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 kommt man denn dahin hier da drüben bist du denn wieder hier oben ah jetzt bin ich auch das war Musik für meine Ohrenkammerjäger bitte später nochmal für mich müssen hier vorne hin siehst du das was das ist gut lila geld oh 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 wie viel hast du jetzt 1 1 4 6 ah hier waren es 3 was denn 1 3 blaues Geld äh 491 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Komponente und muss auch so gut vergessen Teil der K K Schott Boah LV 42 Granaten-Modden Na gut, das war's mit der nächsten Folge von Borderlands 4 oder 5 ich weiß es nicht Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss